Na alle zusammen, mich hier ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg reines Gewissen und für dieses Achievement müsst ihr Graf Dranatrius im Schloss Nassria auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr Bürde der Sühne von allen Spielecharakteren entfernt habt, bevor ihr Marsch der Boost-Fertigen einsetzt. Jetzt sollten wir erstmal erklären, was ist der Marsch der Boost-Fertigen? Das ist quasi der Übergang in die zweite Phase, heißt für uns, wir müssen alles vom Achievement in der ersten Phase abschließen. Und dann müssen wir vielleicht noch klären, Bürde der Sühne, das ist einfach der Debuff, den ihr am Anfang vom Kampf draufbekommt. Da hat jeder vier Stacks und diesen müssen wir auf null Stacks bringen. Im Normalfall spielt man den Bosskampf so, dass man zwei Gruppen hat, die jeweils drei Hits vom Boss nehmen, also dreimal diesen Frontal-Hit nehmen, wo dann die kleinen Seelen spawnen, wie ihr hier seht. Wir spielen das jetzt ein bisschen anders, wir müssen ja auf null kommen. Dementsprechend zorgt die komplette Gruppe die ersten vier Hits. Also Hit 1, 2, 3 zorgt man mit der kompletten Gruppe, mit einer Ausnahme. Die Tanks müssen ein bisschen das anders spielen, denn ein Tank muss ja immer den Hit fressen und wenn man keinen Debuff mehr hat, dann gibt es böse, böse Geschichten. Dementsprechend haben wir die komplette Gruppe die ersten vier Hits fressen, außer die Tanks. Da habe ich jetzt die ersten vier mitgenommen, dann habe ich zwei ausgelassen, habe den anderen Tank, die machen lassen und habe dann die letzten beiden noch mehr genommen. So sind wir dann alle komplett auf null gekommen und bevor er dann in die Phase kommt, müssen wir dann halt gucken, dass wir wirklich null haben. Am Ende stand nur noch ich davor, beziehungsweise dann noch ein, zwei Leute, die noch nicht ganz abgesteckt haben, dass die dann auch noch mal ihren Stack verloren haben. So, jetzt müsste dann gleich noch der letzte Hit kommen. So, jetzt haben wir alle 19, wie ihr seht, mein Add-on zeigt es auch wieder an, hier abgesteckt. Also, der Boss zieht uns ran und jetzt haben wir eigentlich schon die Voraussetzungen fürs Achievement absolviert. Wir fliegen jetzt runter und dann startet auch schon die zweite Phase. Und jetzt heißt es eigentlich bloß noch, den Boss ganz normal runterspielen. Ihr müsst jetzt eigentlich nichts mehr beachten und sobald ihr dann den Boss gekillt habt, müsst es dann auch das Achievement geben und dementsprechend gibt es mit dem Achievement, solltet ihr vorher alle anderen auch noch mitgenommen haben, auch das Meta-Achievement und mit dem Meta-Achievement natürlich das schicke Mount noch. Und ja, damit sind wir dann tatsächlich komplett am Ende mit den Achievement-Guides hier aus dem Schloss Nathria und dementsprechend auch mit dem kleinen Mount-Guide für die Schwinge. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns selbstverständlich gerne wieder bei den nächsten Achievement-Guides. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!